Hallo zusammen, wir sind wieder auf der Musikmesse und zwar direkt in Front, direkt vor unserer Halle, dem Forum. Warum? Weil es da drin viel zu voll ist, viel zu laut ist und Klaus, Klaus Volland direkt neben mir und ich habe entschieden, wir gehen raus in die Frühlingssonne. Frühlingssonne ist eine gute Sache. Wunderbar und speziell für Yamaha fängt jetzt die Sonne an zu scheinen. Hoffentlich fängt das Holz jetzt nicht an zu arbeiten bei 22 Grad. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Kein Problem, genau. Du hast hier die 192 CESA, die CG192C, eine neue klassische Gitarre. Was kann man dazu sagen? Was sind die neuen Features dieser Gitarre? Ja, zahllos fast. Es sind eine ganze Menge Sachen verändert worden. Es ist eine dünnere Brücke da, die Decke ist insgesamt ein bisschen dünner, die Lackierung ist wesentlich verbessert worden. Das Bracing, also die Bebalkung innen von der Decke, die so natürlich nicht sichtbar ist, ist an die GC70 angelehnt. Das Wichtigste ist, es gibt einen Carbonstab im Hals, der so nicht sichtbar ist, ähnlich wie bei Western-Gitarren. Man kann hier die Brücke quasi abnehmen. Nicht sichtbar, aber du bist sicher, da ist ein Carbonstab drin? Hundertprozentig. Na, was natürlich sehr schön ist, sollte sich wirklich mal durch irgendwelche klimatischen Veränderungen warmheiß, der Hals ein bisschen verziehen, kann man den Sattel abnehmen und das ein bisschen korrigieren. Vorzugsweise natürlich vom Händler zu machen. Das sind so die neuen Merkmale dieser Gitarre, was sich natürlich auch spieltechnisch wahnsinnig bemerkbar macht. Das ist wirklich ein riesengroßer Schritt nach vorne, alleine was den Dynamikumfang betrifft. Also man kann hier beispielsweise einfach einen kräftigen angelegten Daumen schon machen. Man kann hören, es scheppert nichts. Nein, es scheppert nichts. Das heißt, der Dynamikumfang ist wirklich gigantisch gut, auch gerade in den oberen Lagen halt. Also es gibt wirklich weiche Töne, wie hier zum Beispiel. Die man aber auch hart spielen kann. Also wirklich für eine Gitarre in dieser Preisklasse eine wirklich ganz tolle Leistung. Preisklasse ist das Stichwort? Genau. Dieses Modell hier kostet um die 660 Euro und die 222 fängt so bei 270 Euro an. Es gibt sie jeweils hier mit einer Zederndecke oder auch mit einer Fichtendecke. Nicht ganz so arg viel Kohle für das, was geboten wird. Preis, Leistung scheint bei mir. Super, ja. Okay. Ja, man kann wirklich sagen unschlagbar gut. Super. Ich finde das reicht hier für den Moment. Wir wollen ja noch ein bisschen Sonne genießen. Wenn Sie mehr erfahren wollen zu unseren Klassik Gitarren oder Gitarren allgemein, gehen Sie auf die Musikmesse Special Site. Dort präsentieren wir alle neuen Produkte inklusive der Features, der Spezifikationen, Hinweise, wo der nächste Händler ist. Natürlich. Viel Spaß. Bleiben Sie uns treu und bis bald. Tschüss.